Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Rezept von Hertogood. Wenn ihr auch diesen leckeren Salat machen möchtet, zeige ich euch in kleinen und kurzen Schritten, wie das ganz einfach und leicht selbst zubereitet werden kann. Viel Spaß beim Video. Für den Avocado-Birnensalat brauchen wir einfach ein paar gewaschene Blattsalate, eine Avocado, eine Birne, eine Limette, eigentlich nur eine halbe Limette, die andere nehmen wir für das Dressing nachher her, und ein paar geröstete Bienenkerne. Ich bereite das Ganze jetzt schnell zu, ihr seht das gleich, und dazu machen wir eine Limetten-Vinigrette mit dem Saft von einer halben Limette, etwas braunem Zucker, Olivenöl, Salz, Pfeffer und weißem Balsamico-Essig. Wir starten mit der Avocado, die wird ganz einfach halbiert. Dann dreht man sie so vorsichtig, und wenn sie reif ist, löst sich das relativ gut auch schon raus hier. Ich nehme mal einen Löffel, um den Kern ein bisschen zu lösen hier. Dann kriege ich den ganz gut raus. Und mit dem Löffel gehe ich jetzt entlang der Schale, und hole im Prinzip, wenn man hier ganz gut sieht, die halbe Avocado raus. Und das Ganze auf der anderen Seite auch noch mal, hoppala. Manchmal sieht man hier so ein paar braune Stellen bei der Avocado, das ist nicht weiter schlimm, wer es nicht mag, kann es einfach wegschneiden. Jetzt schneide ich das braune hier weg, die Avocado schneide ich dann einfach nach Spalten. Vorsichtig zur Seite. Je nach Reifegrad der Avocado ist sie halt weicher oder härter, fester vom Fleisch her. Je weicher, desto heifer. Als nächstes nehme ich die Birne, die wird als erstes geschält. Ich kann das natürlich auch mit Schale machen, aber ich möchte das jetzt ohne haben. Sie wird jetzt geviertelt und dann wird sie entkern. Einfach ein Kern, ein kleines Turniermesser, ein kleines Küchenmesser einfach. Das ist ein ganz schneller Salat. Auch die Birne schneiden wir jetzt ähnlich wie die Avocado in Spalten. Schneidet euch nicht dabei, seid vorsichtig. Ah! Scheiße. Jetzt legen wir hier einfach abwechselnd die Birnen und die Avocados. Schön hin. Zunächst habe ich die Primette und drücke sie mit der Hand ein bisschen hier drüber aus. Und mariniere das Ganze ein bisschen mit dem Limettensaft. Das hat den Effekt, dass die Birnen auch nicht so schnell braun werden. Wir haben schon eine schöne Säure da. Dann richten wir jetzt den Blattsalat dazu an. Ihr könnt ihn auch schon kleiner zupfen, wenn ihr möchtet. Schön sieht es immer aus, wenn es ein bisschen größer ist. Aber leichter zu essen ist es natürlich, wenn die Blätter ein bisschen kleiner gezupft sind. Jetzt geben wir die Bienenkerne da drauf. Für die Vinaigrette nehmen wir jetzt die andere Hälfte der Limette und drücken den Saft hier in die kleine Schüssel rein. Auf eine Portion brauchen wir auch nicht viel. Wir machen einen halben Teelöffel von dem Braum. Rohrzucker dazu. 4 Esslöffel Olivenöl. Hoppala. 2 Teelöffel Weizenbalsamico Essig. Man kann noch nen Able. Apfel-Essig nehmen, einfach einen milden Essig, weil durch die Limette hat man natürlich schon recht viel Säure, eine Prise Salz, ein bisschen Pfeffer, wer möchte, wenn man Bio-Limette hat, kann natürlich auch die Schale hier mit reinreiben. Ich gebe das Ganze jetzt über den Salat, mache noch ein bisschen Salz und Pfeffer auf die Avocado und die Birnen und dann lassen wir es uns schmecken. Frisch gemahlener Pfeffer hilft übrigens dem Körper dabei, die Inhaltsstoffe aus dem Salat besser zu verarbeiten. Wie gesagt, wenn das zu sauer ist, dann kann auch noch einen Schluck Apfelsaft dazugeben zu dem Dressing. Ich lasse es mir jetzt schmecken, ich freue mich richtig auf den Salat. Vielen Dank fürs Zuschauen, ciao, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.